Ich weiß nicht, ob du gejumpt bist, weil ich einen anderen Namen habe. Thomas. Wie heißt du denn? Ich heiße Arsenic Ivanovic. Wieso heißt das so? Weil ich mich wegen dem RP-Server so genannt habe. Und jetzt vergessen habe, also was heißt vergessen? Ich war zuvor, um es zu benennen. Mega. Ah, mein Herrscher. Wie heißt du? Arsenic Ivanovic. Wolltest du gerade getötet? Nein. Los, go. Schade. Oh Gott. Man spork, killt einen und stirbt wieder. Chancen. 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 Nein. Oh, ich habe eine Weste. Oh, ist ja leer. Das war jetzt natürlich nur Bluff. Jawohl. Hä? Hä? Ich habe ihn doch den ganzen... Hä? Ich habe ihn doch den ganzen... Hä? Da habe ich ihn doch eben wieder verdient. Oh, es ist ja die Drohne. Aufwegs. Mein Aim ist ein Armour, absolut geil. Hab ich doch gerade gesagt. Der Wehr hat sich gerade versucht den Luft zu sprengen. Ja, sicher. Ich hab's gewonnen. Nice. Wie krieg ich den Kinniger, wo ich ihn getötet hab? Ach so, bleib mir einfach durch mich. Was willst du auch? Ich hab den Kinniger. Du, der Kinnigeruhr! Chill. Ja, wahrscheinlich, Mann. Das hat auch ne Problem. Ich weiß nicht. Die Frage ist wert heutzutage kein... Die Frage ist wert heutzutage kein... Die Frage ist wert heutzutage kein... Dreckig. Wer? Ich? Jeder am Kopper. Schon wieder hat er mich geholt. Das gibt es doch nicht. Der Kinnigeruhr! Übertreib mal! Au! Übertreib! Ja, das war's du. Uuh! Aber ich kann es nicht nehmen! Übertreib! Ja, das war's du. Ah! Ja, im Smoke ist mir grad wieder ein Lied reingefallen. Smoke wieder, wieder. Alles klar, oder? Digga, ich war doch ein Deku. Komm, komm, zeig dich. Alles klar. Komm, zeig dich. Ach! Da hat er kaum bekommen. Oh, ich hab ne Shotgun. Willst du mir die Shotgun abkaufen für 10 Euro? Ja, wo bist du? Warte. Mann, das war mein Kill. Ah, ich hab beschossen. Was hast du gesagt? Ich hab beschossen, das hab ich gesagt. Ah! Oh, Junge! Du warst das! Ich hab mich grad erschrocken, Junge. Ich hab mich grad schockt. Ich hab mich grad schockt. Ich hab mich grad schockt. Das kannst du echt niemandem anbieten. Außer vielleicht mit nem Raketenwerfer. Da kannst du wirklich nen Service anbieten. Digga, ist die Waffe laut. Also mit nem Raketenwerfer kannst du wirklich nen Service anbieten. Ich hab mich grad schockt. Oh, Digga, hab ich nicht mal Gun-Game gespielt. Aber erstmal... Da hockt er eh noch. Und dann... Ach, nee, hab ich nie geschafft. Ach, nee, hab ich nie geschafft. Alles klar. Oh, ich hab ihm noch nen Hinshot gegeben. Wieso bin ich ne Case-Trick? Wieso bin ich ne Case-Trick? Ich weiß nicht, mach doch deine Case-Trick. Ich will mich. Ich will mich. Ja, ich mag auch nicht in der Case-Trick zu sein. Kann ich deinen Platz rundum haben. Ah! Ach! Immer diese MG-Schützer. Und immer diese Dach-Hocker. Da hab ich es. Nee. No way! Warst du das nämlich sogar noch überholt? Tatsächlich, ja. So cool! Untertitelung. BR 2018